Ich glaube, das ist unsere erste Probe im Jahr 2021. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr Gesundheit, dass ihr Corona weitestgehend überwinden habt, überstanden habt, ausgetrickst habt, mit jeglichen Lebensstoffen, die zum Beispiel stehen. Und ja, freut mich, dass wir wieder begeben können im Jahr 2021. Ich hoffe, dass uns so etwas noch mal erwischt, in der Art und Weise und so, ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja! Ich darf aber kurz die Ernennungsschiffene verlesen. Die Stadt Dortmund Feuerwehr, Ernennungshof. Genieß der Beordnung über die Laufbahn der Ehrenamtlich-Angehörigen der Freigiefeuerwehr, der zur Zeit mit ihm passt, ernenne ich Herrn Michael Elberts zum Feuerwehranwärter. Ich erwarte, dass er seine Freiburg-Anwanderung der Pflicht gewissen hat, zum Bude der Fünftenwoche erstattet wird und das Vertrauen rechtfertigt, dass sie durch diese Entschuldung verkämpft werden. Sollten wir die 3. Dezember 2020? Das ist schon ein bisschen ehrlich. Leiter der Feuerwehr, Jekaschfeld. Ich hab euch schon zum Dorsten gesagt, ich hab jetzt bei der Polizei und ich ging es gerade durch. Jetzt fang ich heute auf der... Ja, dankeschön. Ich freue mich, wie gesagt. Ich freue mich, wie gesagt. Ich glaube, das ist eine Musik.